Hallo zusammen, ich bin Manan, ich bin im ersten Lehrjahr und mache eine Lehre bei Orinat. Hallo zusammen, ich bin Christin, ich bin im dritten Lehrjahr und wir zeigen euch heute den Berufsalltag. Kommen wir doch mal mit. Bei Orinat bedienen wir Kunden mit und ohne Voranmeldung. Meine Aufgabe ist es, einen Termin entgegenzunehmen und zu managen. Sind keine freien Termine rum, ist es meine Aufgabe, passende Termine für den Kunden zu finden. Als Quappen schneide ich nicht nur Haare, ich wasche, färbe und stelle sie. Aufgrund der Vielfältigkeit des Berufs bin ich sehr froh über unser Team, denn wir unterstützen uns täglich bei der Arbeit. Bei der Rentalehr lerne ich Kunden persönlich zu bedienen, weil ich ihnen einen Top-Service bieten kann. Ich möchte stets einen guten Eindruck hinterlassen, damit die Kunden von mir begeistert sind. Alles sauber zu behalten, gehört zu unserer täglichen Routinen. Doch ich mache es gerne, denn es ist unser Arbeitsplatz. Kunden wertschätzen ebenfalls Sauberkeit und Ordnung. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in unseren beruflichen Alltag bekommen. Falls es dir gefallen hat, bewirb dich doch bei Orinat. H 2015 Dometers Hoca H enfo mismos H 100 H H H H H H Untertitelung des ZDF, 2020